Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Party. Was haben wir uns würfelst? Ja und ab geht's. Das passt genau. Ich dachte gerade schon, du bist so ein Spacken. Ja, drei Runden, das ist auch immer ganz gut. Lucky du, wem klau ich, Alter, ich kann nicht klauen. Ich kann gerade, ja, ja, muss los, muss los. Ich hab die Münzen damit zusammen. Es ist so dumm. Aber ich schaff's glaube ich nicht mehr bis hinter. Das ist ein trauriger Zufall. Stimmt, du schaffst's nicht bis dahin. Ich hätt Buhu klauen sollen, der hätt's nicht kaufen können mehr. Könnt der's überhaupt kaufen? Nein, kann er nicht. So richtig dumm. Oh oh. Oh oh. Zwei. Bei eins gehen wir alle in die Luft. Stimmt. Nein, nur noch heißt, ich kann dir nichts kaufen. Außer, außer der Maulwurf hat Lack des Todes. Hat er nicht. Er ist dumm. Aber du holst es da einen Verbündeten. Alter, was ist das mit... Wie wird man Bombom wieder los, Alter? Oh nein, Alter, wie wird man Bombom los? Garnis. Das ist halt immer scheiß. Bombom geht richtig auf die Nüsse. Der geht richtig auf die Nüsse. Oh Gott, Abu, oh Gott. Der hat nur zwei Mützen, was wir da machen. Oh, stimmt. Gute. Gute Sache, ne? Wow. Tschüss, Buhu. Ich hab schon auf dich gewartet. Uiuiuiuiuiuiuiui. Tja, dann länger warten auf Buhu. So. Entweder, wenn du es jetzt nicht schaffst, dann hab ich gewonnen. Also, dann hat... Klingt ein Stern... Nein, oh Gott. Glück. aber nächste runde wird er sich in stern holen Ich brauche nur wie viele 1 2 3 4 5 6 oder Du brauchst drei felder vier felder Es kommt drauf an oder hast du ihn ja was mal definitiv sicher Aber ich würde wenn es stimmen vermeiden würde es auch wenn es in felder zu steigen So und du kriegst auch mit stern Yeah, I've got my star Danke totet Das da holt mich hier raus nein ich bin ein star Wollen ist der nächste adventure ich hoffe ich liegt wieder direkt neben mir weil ich habe noch geld von zweiten stern ich auch Lieblings Mich liegt da hinten hin auch gut und da komme ich hin doch da komme ich tröße auch selber Mal sehen Tu es nicht. Tu es nicht. Da geht man alle in die luft ne? Ja Komm mach halt. Wir werden bald schnell. Und wenn ich beim anderen hingehe Dann hast du dann bist du weiter entfernt hast du mein blaues feld Aber aus dem stern geht es da lang ne? Ja Aber warte mal wenn er Niederlande ist das oder du kannst unten hin du kannst entweder auf das oder das Aber wenn ich hier in die natur in die warte erst erst bei null geht das in die luft ne? Ja, glaub ich. Oder bei 1 was weiß ich. Ja, machen wir werden jetzt das sehen Ich kann nicht Zeit 가는 zu kommen Darunter solz Jetzt geht's vier spieler Nicht dabei sein ist Nicht dabei sein ist alles Das ist alles Dieser ist ja nicht dabei Das ist ja easy Easy Ja es könnte schwieriger werden Komm bestätige Ab gehts Mit ihren lehrer starb da Wie man versichelt der aus dem letzten jahr erstes halbjahr Wer fehlt, so jetzt bin ich gespannt Man sieht das, man sieht das Der Fuzzi Der Fuzzi Stimmt Der Fuzzi Der Fuzzi Der Fuzzi Meister Fuzzi Ah wer als erstes draufgebekommen am meisten von uns Ja So ich bin gespannt Was ist das für ein Steintyp? Äh der hier Doch Steintyp ist da Skelettrische Star Der dicke Mann aus Stein Aber trotzdem noch erst mal So 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 Ich muss jetzt einmal noch Wieder erster sein Mal gucken uff uff äh Fuck Nein Ich will meine ich will resetten JAAA Boi Oh Gott ich bin das falsche War falsch Ja 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 mais bin ich das lässt sich das lasteste Ich bin einfach so gut Wenn ich die hälfte abgezogen bekomme habe ich noch glaube ich genug boom 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 so wir sollten in einen chor gehen alles oder nichts mal wieder zehn oder nichts zehn oder nichts nichts wir werden alle sterben boom boom so kann mir den stern klauen ich hätte doch weggehen sollen Ja genau wer da glaubt mir stehen jetzt und wir gehen alle glas in die luft das ist super hersehbar Wir müssen da raus, Alter, wir müssen da raus. Bail! Bail! Wir müssen da raus! Wir müssen da raus! Wir werden da raus! Wir werden da raus! Wir werden da raus! Aber hey, ich kann noch jeden Weg wählen! Ja! Ich kann da hinkommen, Alter! Ich kann da so schnell hinkommen! Nein, ich bin da aber schon vorbei, oder? Du bist da schon vorbei! Nein! Moment mal! Dieses Monty-Bürstchen! So much Monty! Der Salt ist real! Einmal hier, alle stehen! So much Salt in here! So much Salt in here! Woher geht's? Oh nein, Bu! Der Bu kann jetzt alles versauen! Uh! Das alles rückwärts gehen kann! Junge, segne mich! Oh Gott! Glück gehabt, Alter! So viel Glück gehabt! So! So! Und jetzt kann sicher aber auch so! Das ist ne Kart! Als alle in den Tod bringen! Tu's nicht! David! Tu es nicht! Geh nur mal sicher! Wir werden sterben! Nee, du kannst keine 2 würfeln! Nein! Ahaha! Du stehst doch auf dem eigenes Feld! Nein! RIP! Alle! Asshole! Jetzt geht's los! Aber hey, ich bekomme auch Salsa am Dampfen! Ah! Oh! Die Hälfte Münze und eine verloren! Oh! Minus 14! Wie das weh tut! Nein! Du hast 14! Ja! Ich hatte vorher mehr als 14! Das tut weh! Ah! Oh Gott! Oh, David! Man sieht, ob du Glück hast! Erstmal zu üben! Nicht nur rum! Ach! Nicht nur nicht rum krebsen! Ach du! Wie geil! Wir dürfen! Wir dürfen! Ja! Wieso bekomme ich immer nur so eine Todescheiße? So wo es hier... Ahaha! Wieso bekomme ich so eine Assischeiße? Da gibt es gar keine Songs! Ich darf rechts schlagen! König Guru links! Start! Nein! Das ist doch scheiße! Das ist doch scheiße! Da kann man eigentlich nicht ausweißen! Ja! 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 Das ist doch gar nicht ausweißen! Ja! 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 Helager mit euch renngesam! Ja! 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 doch nicht durch den baum nein er wird uns die sterbe klauen ja das ist das nicht zufällig verdient du bist echt zeug ausmarsch ja was du hast 27 die münzen ausmarsch zieht das ist auch noch voll wenig ja immer acht seit münzen so lächerlich und was ist ja okay sehen müssen jetzt jetzt geht's ab jetzt geht's ab in der hoffnung dass er nicht platzen kann kann er platzen ja übertreib halt niemand besiegt mich NIEIN 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 oh Gott so krass das ist doch Betrug jetzt wissen wir wie groß er ungefähr geht das ist doch einfach der Betrug ich bin so reich gimme dem money das ist doch einfach nur Betrug Buh ist am Zug Zulcon Connect muss beides gleichzeitig drücken muss drauf gedruckt König Buh dieser Betrug ist real Solti Buh du Spocken ja er mal wieder er gönnt sich die Note brennt aber ich hab keine Geld mehr für meine that's right bitch ich bin so reich und Geld regiert in diesem Spiel alles da sieht man mal wieder was für du gehst aufs rote feld damit Nein mach das in falsche Richtung doch du kriegst ne item aber du kannst nicht da zum Ding hingehen guck weil dann ist ja wieder gegen Richtung du musst da wieder hoch dann stimmt das stimmt tatsächlich ja ne warte ich muss da hoch gehen das ist heiße weil das damit da also aber du kriegst ne item und das bekomme ich da oben oh hier kann ich alles in den Tod reißen ob es bekomme so ne bombe ne nein ne ich weiß nicht was da bekomme ne das ist nur mein card ne geh mal hin komm was da passiert mach mal bekomme ich eigentlich die bombe nein gut dann mach ich das jetzt ne das ist ja nur ein eigenes fest ich probier's mal aus für die Wissenschaft ja für die Wissenschaft für die Wissenschaft jetzt bin ich gespannt was da passiert kann sie dir auch mal gönnen ne du hast kein Geld für die Wissenschaft und ihr verreckt jetzt eh ich übersetze mal er sagt bitte ansteigen gute Fahrt in meinen ach du scheiße Mini spielt oder was geht das wird jetzt Münzen das wird geht die leute die die doch Kletterkonkurrenten, wir sind so Kletterkonkurrenten Oh Gott, sorry, von Mikro von der Karate Senkrecht halten Jetzt haben wir automatisch, oh Gott Hä, das ist doch voll blöd Das braucht man doch dafür Das sind doch die beiden Tasten, oder, niss Ja, wie geht das, ach so Geht die Mop Ist doch voll scheiße Climb high, climb high, climb high Uff, du schaffst es, aber schnell Fuck Alla Das ist heiße Skrumbum, ich fall irgendwann runter So kearney So kearney Abgein Soos Los Soos Das denkst du mir auch immer Gibt es doch einen Shop, ja da unten gibt es doch sogar einen Shop Loll, Alter, müssen es dann zu wissen Alter, wie knapp bist du dran? Was ist? So, das war's mit dem Party, Leute, im nächsten Video weiter Macht's gut bis dahin und ciao! So 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 Untertitelung des ZDF, 2020